Ich bin jetzt angekommen. Ich laufe jetzt gleich erstmal zu meiner Unterkunft, wo ich sein werde und dann schauen wir weiter. Ja, und dann dachte ich so, jetzt komme ich mir noch irgendwas zum Mittagessen. Bin zum Subway, war erst mal begeistert, dass wir was Vegetarisches haben. Und dann kam mir so die Überlegung, wenn ich ja bestellen muss, ich kann es ja nicht mehr auf Deutsch. Ich kriege ja schon auf Deutsch scheiß Ausbrüche, was die von mir wollen. Ich war jetzt gerade einkaufen und ich habe die Menge an Lebensmittel, die ich gekauft habe. Vielleicht etwas unterschätzt? Jetzt drehe ich jetzt seit 20 Minuten und ich will jetzt nach Hause. Der Hammer. Ich bin Ferneke. Ich bin Ferneke. Ich war jetzt noch gerade einkaufen und ich wusste nicht zu englisch. Ich kann mich switchen. Erster Erfolg für den Tag. Ich komme jetzt gerade von einer Guided Tour. Und jetzt sind wir wieder am Plaza Espanja. Da ist es. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Du hast es. IKEA 14 waktu. Du hast es classrooms. Sieg shelf… Du hast es. Du hast es. ощigen geöffnet – ein하신 preventedator. Bekan 먼 Besches an Ich... Moment, ich glaube meine Stimme ist komplett weg. Ich gehe jetzt zu meiner Sprachschule und halte nach dem Tag jetzt mentalen Kunstmügelung. Das wäre ein sehr cool Erfolg, ich mache es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Warum sind Sie muggen? Warum sind Sie kräftig? Wo entscheiden können wir alles etwas machen? Wer bist du? Wer bist du? Und wer bist du? 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 Ich weiß nicht, wie wir sind. Ich werde meine Fingres machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Musik Hallo, es ist jetzt 7 Uhr, ich schlafe jetzt noch zwei Stunden und wir gehen heute Abend feiern. Musik 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 puff und die Das ist das, was es ist. So, was was your question? Eat faster, please. Please. And cruel when we could have all this. In the drive-thru. Honor my flu.